Musik Eigentlich ist David Link bereits 36 Jahre alt. Das merkt man dem Kürling Kanadier aber nicht an. Der gelernte Flügelstürmer, der beim HC Bustertal die erste Angriffslinie als Mittelstürmer führt, hat bei den Wölfen sofort eingeschlagen und sich schnell in die Herzen der Fans gespielt. Aber auch in der Meisterschaft hat Bustertals neuer Sturmführer bereits mehrere Duftnoten gesetzt. In fünf Spielen gelangen Link an der Seite von Max Oberauch und Julius Gandella drei Tore und sechs Assists. Max Oberauch hat in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit Ropse Jani und Dagar Desmet Tore am Fließband erzielt. In der vergangenen Saison spielte Link noch in der russischen KHL bei Amur Kabarov.